So, herzlich willkommen zum Tutorial Nr. 3, Rhythmische Solfège. Wir vertiefen so ein bisschen den Text aus der Nr. 2, Fokus auf Haltebögen. Schauen Sie bitte auf Blatt 3a. Wir wollen das aus zwei Perspektiven bearbeiten. Wir werden das singen und wir werden es klatschen. Ich würde vorschlagen, wir starten mit dem Klatschen. Ich zähle die Viertel und klatsche dazu den Text. In dem Fall ist natürlich die Länge über ein Klatschen nicht auszudrücken. Ich muss zwar perkussiv den richtigen Punkt erwischen, aber wirklich die Länge ausdrücken, das machen wir später, kann ich nur mit der Stimme oder mit dem Klavier oder die Gitarre oder dem Bass. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn Sie merken, Sie haben Schwierigkeiten, Text am Stück zu klatschen, dann ist es natürlich total sinnvoll, vielleicht sogar erst mal taktweise zweitaktig oder viertaktig vorzugehen und das dann zu lupen. Ja, der Zugang, es gibt zu jeder Übung, gibt es irgendwie immer eine Brücke sozusagen, die man ansetzen kann, um das zu vereinfachen und dann später wieder zur Ausgangsübung zurückzukommen. Das kann das Tempo sein oder das kann eben sein, dass Sie den Text begrenzen. Hier gibt es eine kleine Falle, habe ich gemerkt, dritte Zeile, vierter Takt, da steht eine Achtel auf der Zählzeit vier, das ist so ein bisschen verwirrend. Natürlich ist das vollkommen korrekt, aber man wünscht sich da eigentlich eine Viertel. Deswegen muss man aufpassen, dass man sowas dann nicht als eine Synkope liest von einer Drei-und oder von einer Vier-und. Das ist wirklich eine Achtel und die steht auf der Vier. Jetzt machen wir es andersrum. Jetzt setzen wir einen Puls und singen den Text. One, two, eins und zwei und drei und vier und Bah, du, ba, dee, du, du, da, bah, bu, da, du, du, di, ba, du, ba, du, du, ba. Ba, 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 da, da, du, di, du, di, ba, ja, ba, eins, zwei, ba, buh. Okay. Mir fällt das sowohl so leicht als auch so. Auf jeden Fall, wenn wir singen, ist der Unterschied zu, wenn wir das klopfen, dann müssen wir die Länge artikulieren. Und das ist manchmal eben gar nicht so einfach. Und man kommt da auch manchmal in so eine Kurzatmigkeit. Also wenn irgendwie möglich, finden Sie den Punkt, wo Sie atmen können. Das weiß natürlich jeder Bläser. Die sind ja auch mal auf der Suche nach den Momenten, wo Sie, gerade wenn Text komplex ist, wo kann ich überhaupt atmen? Und ehrlich gesagt, wenn ich Schwierigkeiten habe, den Punkt zu finden, dann singe ich eben mal einatmend, das geht auch. Gut, wir kommen zum Blatt 3b. 3b ist identisch mit 2b. Aber wir schauen noch mal darauf, weil wir gucken uns das jetzt unter einem anderen Aspekt an. Und zwar schauen wir jetzt darauf unter dem Aspekt, dass wir sagen, wir werfen sozusagen eine andere Frasierungsperspektive darauf. Klingt schön kompliziert. Aber heißt eigentlich nichts anderes als das. Wir machen aus den binären Achteln jetzt Ternäre-Achtel. Die Frasierung ist also nicht mehr gerade, sondern man nennt das auch Jazz-Phrasierung, Shuffle-Phrasierung. Und jetzt kommt eine zusätzliche Challenge auf Sie zu, mit dieser Etude 3b, Blatt 3b. Ich möchte Sie bitten, probieren Sie mal auf 2 und 4 zu schnippen. 1, 2, 1, 2, und nicht mehr auf allen Vieren. Das braucht eine Independence sozusagen hier von diesem Impuls zur Stimme. Muss man unter Umständen mal üben. Die ersten beiden Takte. Das ist mein Basic-Feel. Wir probieren mal gemeinsam. Zwei Takte vor, zähle ich ein und dann singen wir Blatt 3b und schnippen dazu. 1, a 2, a 1, 2, 3, 4, ba, du, 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 da, du, du, da, du, da, du, bu, 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 ba, bi, ba, ja, da, du, 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 die, du, ba, 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 bu, 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 ba. Du, 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 du aber ist nicht so einfach also muss jetzt auch nicht sofort gelingen es kann gut sein dass man das mal eine ganze weile übt vielleicht mal ohne text und einfach nur zu dem schnippern ein bisschen sinkt so wir bekommen wir kommen zum blatt 3c und das ist ein diktat mit dem text den wir bis jetzt so bearbeitet haben mit dieser art von text den wir bearbeitet haben bitte holen sie sich was zu schreiben stift und ich werde die patterns zweimal singen jeweils mit zwei takten pausen dazwischen die patterns sind zweitaktig und wie gesagt einmal singen zweitakte pause einmal singen zweitakte pause nächstes pattern es sind insgesamt acht pattern zwei takte auf geht's one two three und four und ba du du da du die du ba du du da du die du ba pattern nummer zwei państwa Pattern Nummer 3, Takt 5 und 6. 1, 2, 3, 4. Ba, 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 ba. Ba, ba. 1, 2, 3, 4. Ba, 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 ba. Ba, ba. Pattern Nummer 4, Takt 7 und 8. 1, 2, 3, 4. Du, bu, ba. Bu, ba, bu, bu, ba. Ba, bu, ba. Bu, bi, du, du, da. Bata Nummer 5, Takt 9 und Takt 10. 1, 2, 3, 4. Du, da, da. Ba, da. Bu, ba. 1, 2, 3, 4. Bu, ba, ba. Ba, ba, da. Bu, ba. Wir kommen zu Pattern Nummer 6, Takt 11 und Takt 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, da, da. Ba, ba. Bu, ba, ba. Da, du, die. Ba. Bu, ba, ba. Pattern 7, Takt 13 und 14. 1, 2, 3, 4. Ba, ba, ba. Bu, bu, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, bu, ba, ba. Letztes Pattern Nummer 8, Takt 15 und 16. 1, 2, 3, 4. Ba, da, du, da. Bu, ba. Ba, da, du, da. Ba, ba, bu, ba. Ba, ba, ba. Okay. Ich singe jetzt nochmal das ganze Diktät, die ganzen 16 Takte. Tick langsamer. Wenn Sie mögen, können Sie kontrollieren. 1, 2, 3, 4. Ba, du, du, da. Bu, ba, ba. Bu, ba, bu, ba. Du, du, da, da. Du, da, 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 da. Bu, bu, ba, bu, bap. Bu, ba, da, bu, da. Bu, bu, ba. Ba, da, ba. Bu, da, du, da, ba. Bu, ba, bu, ba. Bu, ba, ba, ba. Du, ba, ba. Bu, da, da. Du, da. Bu, ba. Aaaaaaah.